So, nun willkommen auch zurück zu Folge 113. Ja, mittlerweile laufen ja unten die Lava-Engines, die pumpen ordentlich Energie jetzt in das System rein und wir haben hier schon mal das ME-System leicht aufgebaut. Das verbraucht jetzt natürlich erstmal Energie, weil ich will erstmal noch ein paar Zellen irgendwie leer kriegen, muss Energie auch wegbekommen und versuche jetzt so langsam, aber sicher alles schnell fertig zu machen. Das gilt jetzt, wir brauchen jetzt mal Kabel, wir brauchen Import-Busse, Export-Busse, wir brauchen jetzt mal ganz viel Kram und da fangen wir jetzt auch gleich direkt mit an. Oh, ja, ME. Ja, exakter, da brauchen wir kein exakter, da reicht eigentlich ungenauer. Und dann brauchen wir, genau, Kabel brauchen wir, dieses Flugszeug, Neta-Quartz, Neta-Staub und so ein Zeug. Jetzt habe ich, glaube ich, alles noch hier. Da haben wir es einmal. Ja, das müssen wir auch, da haben wir noch was und was ist noch? Let's go, nehmen wir da, weil da brauchen wir jetzt erstmal von was. Dankeschön. Ja, da wird noch mehr von verlangt, das ist ja nicht das Problem, aber ich brauche jetzt erstmal so viel, damit wir zumindest mit Biomasse ein bisschen was anstellen können. Und das hier verbrochen können. So, her damit. Und her damit. Ah, jetzt habe ich kein Glas mehr, nein. Müssen wir nicht jetzt alle verbrauchen. Aber brauchen wir denn noch Glas. Da haben wir noch Glas. Der Mikro ist an der passenden Stelle, ich habe mich gerade nämlich gewundert. Was ist überhaupt noch an der passenden Stelle? So, so. Ja, mach erstmal. So, 54. Haben wir denn noch irgendwo mehr davon rumfliegen? Auch da haben wir noch was. So. Weil das muss ja irgendwie verbraucht werden, die Energie, muss ja irgendwie hier durch das ganze System durchgeschmissen werden. Und unten, die ganzen Koks öffnen, die werden ja auch bald angesteuert. Das ist alles nach einer riesengroßen Anlage wieder hier. Aber das dauert ja nur Moment. So, Kabel haben wir. Da wollte ich angeht, die ummanteln, aber jetzt ist es auch egal. Jetzt brauchen wir hier Basis, dann brauchen wir die ME-Kabel, brauchen wir Import-Buschstellen, okay. Dafür brauchen wir die Matrix oder brauchen wir doch dieses Zeug nochmal. Ach, du glaubst es nicht. Dann müssen wir das auch noch alles verbrennen hier. Ah, das brauchen wir jetzt alles. Dit. Ach, hier ist noch das Zeug. Das ist schon mal gut. Und wird es dann ruhig klein und stick. So, dann lassen wir das jetzt nochmal laufen. Nein, geh nochmal an. Kann ich wenigstens den Eterquaz in der Reihen pfeffern. Habe ich auch nichts mehr von. Dann brauchen wir das Zeug nämlich. So, 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 so. Ab in den Inventar rein. So, jetzt brauchen wir davon welche. Ach, das ist da. Brauchen wir Umrechnung Matrix. Dann machen wir jemals. Was brauchen wir denn dafür? Äh, ne, da Quaz. Basics. Okay. Die brauchen wir. Das. Und Basics. Die sind mit Gold, glaub ich, gewesen. Gold und Whetstone. Und dann kriegen wir das auch noch hin. Da fehlt Silizium. Das heißt, wir brauchen Silizium, Gold. Und Whetstone. Dann habe ich da nämlich auch keine mehr von. Da sind noch große. Da hast du Silizium. Da hast du Silizium. Und da hast du Silizium. Da brauche ich nämlich einige von. Jetzt brauche ich da irgendwie Kohle drinne. Dann nehmen wir erstmal hier so welche. Eine rein. Zack. So, dann geht's gleich direkt weiter. Da können wir nämlich nochmal welche machen. Komm, machen wir gleich noch welche. Weil die werden nicht reichen. Da brauchen wir einige noch von. Was wir jetzt auftreiben können, können wir auftreiben. Zack. So, Nummer 20 drauf. Nummer 32. Dann nochmal 16. Dann haben wir nochmal Kohle drauf. Gib mir mal ein paar ab. Dankeschön. Komm, schmeiß wieder rein. Und hier raus rein. So, nochmal von. Naja, lassen wir das mal brennen. Dann. Was brauchen wir dafür noch? Nein. Das. Da brauchen wir Glas und Eisen. Okay. Glas habe ich nichts mehr hier. Da haben wir noch Glas. Eisen. Eisen. Wo brauche ich denn Glas hier? Ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Oh oh. Sind überall nichts mehr gehabt. Scheint nichts mehr da zu sein. Ist auch nichts mehr. Nö, da brauchen wir jetzt mal Glas. Da müssen wir noch ein bisschen Glas verbrennen. Für Platze wie im Inventar. Ja, zwei gut. Nutze ich auch nicht mehr ganz. Eins. Oh. Ein. Eins, zwei. Können wir auch in den Pulverweiser ein bisschen Koppelsturm einpacken. Können wir auch sein draus. Das wäre ja auch möglich. Dann brauchen wir ein bisschen Koks Kohle. Wobei die Kohle hier rausfliegen kann. Wo brauche ich den Koks? Kohle habe ich die auch noch. Da. Eins, zwei. Eins, zwei. So, der Ofen ist schon mal fertig. Dankeschön. Der war auch noch ein Moment. Der hat schon. Der könnte schon mal laufen. Aus mit dir. Aus mit dir. Ja, die brauchen noch einen Moment. Oder? Na, zwei. Komm schon. Was brauche ich denn da gleich noch für? Oh, Pisten. Das brauche ich ja auch noch. Ach du. Ahnst du es nicht. Dann können erstmal hier die Kabel weg. Die Kabel können weg. Das kann weg. Silizium kann weg. Ah, ein Zeck davon kann weg. Die Kabel brauche ich. Holz brauche ich. Alles brauche ich. Alles gleich. So. So. Und hier sind zwei noch raus. Da. Na gut. Das sind die Große. Die brauche ich nicht. Erstmal. Ja. Rufen. So. Wir brauchen Holz. Holz. Wir brauchen Stein. Ähm. Steinholz. Noch Eisen. Also nicht. Ein bisschen Woodstone noch. Dann machen wir erstmal ein paar Kolben. Ja. Also ich zum Stück kriegen wir erstmal hin. Stone, Eisen. Zack. Danke. Jetzt brauchen wir mal ein bisschen Glas. So. Damit. Machen wir jetzt diese Umrechnung Matrix. Dün, 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 dün. Okay. Eisen. Dat. Und da brauchen wir dieses Nech. Dieses Quarzzeug. Da habe ich bestimmt auch nichts mehr von. Und das ist unglaublich doch da ein bisschen noch. Wie gesagt, das ist Material. Fressen durch drei Wände da anfangen, um dieses System aufzubauen. Da müsst ihr sehr mit aufpassen. So. Dann mehr kriege ich gerade nicht raus. Anscheinend. Ne, da muss ich ein bisschen in die Hölle fahren. Das mache ich aber off-screen für mich. Das geht ein bisschen schneller. Dann habe ich wenigstens genug davon. So. Jetzt haben wir Pistons. Jetzt brauche ich noch ein paar Sticky Pistons. Können wir das ja auch nehmen. Warte mal. War. Ich muss immer was aus dem System exportieren. Das heißt, davon brauche ich mehr. Das heißt, ich brauche normale Kolben mehr als klebrige Kolben. Das heißt, ich mache mal, äh, vier. So, klebrige Kolben. Umrechnungsmatrix. Eisen. War jetzt hoffentlich so richtig, oder? Genau. Glas. Und Kabel. Das wird natürlich Glas. Ja. Haben wir aber auch da. So. Glas. Matrix. Kabel. Und Eisen. Dankeschön. Jetzt brauchen wir vier davon. Eisen war das genau. Eisen. Ach, ich bin noch ein Trottel. Hier kommt Eisen hin. So, vier davon. Und die restlichen achten wir erstmal davon. Weil Exportbusse brauchen wir mehr als Importbusse. Wir müssen nicht mehr was ins System importieren und was ins System exportieren. Das ist immer so die Sache, wo viele nicht mit klarkommen. So, und die werden jetzt unten angeschlossen. Hier dron. Wasser läuft hier. So, Wasser läuft hier, das ist klar. Das kommt von da. Müssen wir das mal abreißen hier. So. Das wird nicht mehr ganz so sein. Das ist das Eisen, aber das brauche ich gerade nicht. Ich brauche hier die hier. Wasser kommt hier rein. Das ist richtig. So. Die passt. Wobei ich sagen würde, mach das mal oben lang irgendwie. Tu das mal bitte weg so. Dann mach das mal so. Und so. Das wird später vielleicht verkleidet. Ich weiß es noch nicht. Hier zumindest mit Covern. Muss ich mal schauen. Dann. Oh, nee. So, die Holzdinger ran. An diese Stellen, genau. Und dann mache ich die unten. Ich habe noch keine, ähm, keine Tesseract dafür, weil sonst würde ich das unten pumpen. Aber nach unten ist auch Schwassen, weil das ja eine Zwischenebene ist. Ach, okay. Ja, machen wir hier. Ja, hast du Liquid im Tank. Nee. Tank voll pumpen. Das gleiche machen wir ja auch. Tank voll pumpen. So, jetzt bei den Quaschet Hammer. So, 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 so. Und dann in die Richtung. Dann brauchen wir jetzt die Exportbusse. Mehr brauchen wir nicht. Nee, warte mal. Wir müssen eher importieren. Also die Exportbusse brauchen wir hier. Und da. Und dann können wir eigentlich auch hier. Und da machen. So, und jetzt müssen Kabel da dran. Boah, das machen wir noch zu Ende. Oder? Ach, nee. Dann sehen wir uns gleich lieber. Bis dahin. Euer FlashHoodRP. Und tschüss. Ich bin aufge Все. Dann sehen wir uns relativto. In die Richtung. Ich bin ... Ich bin ... ich bin ...